Herzlich Willkommen zu eins von unserem neuen Video hier auf dem Kanal Reisen 2019. Hier bin ich hier, hier in Gelsenkirchen und seit heute dürfen auch hier die Außen-Grasse von oben wieder so öffnen. Leider spielt das Wetter, leider macht das Wetter eine Strichdurchrechnung, weil ich diese Eiskaffee hier, das ist so leckeres Eis und die Lage ist auch sehr zentral. Das Wetter ist auch gut, ist auch tropf. Aber leider hat das Wetter heute ja nichts. Dankeschön. Leider ist das Wetter heute sehr schlecht hier, hier in Gelsenkirchen. Sehr schade. Hier haben wir auch hier Tobago gezahlt, mit allen möglichen Streben und eben, weil man sie auch getriegt hat. Ach, das hat hier nicht gemacht leider. Und ansonsten hat sich Gelsenkirchen nicht so gut in den letzten Jahren. Aber das ist ja nebensächlich. Und gleich geht es für mich weiter mit, und zwar mit dem so Fixed Train. Nach, jetzt, nach, bis zur Vorbahnhof. Oder zum ersten Mal. Allerdings nicht auf diesem Kanal, sondern auf meinem Schwesterkanal. Bus und Bahn 2019. Aber auch auf diesem Kanal werde ich ein Video machen. Vielleicht werde ich auf der Fahrt ein kurzes Video machen. Auch für diesen Kanal. Ansonsten will ich das Video von Schwesterkanal Bus und Bahn 2019. Dann werden die so Prämien fahren. Die nehmen ich meistens für meinen Schwesterkanal Bus und Bahn 2019 auf. Die Bärzellade geht so hoch. Und hier bei Subway kann man bald auch draußen setzen. Jetzt sind die hier noch abgesperrt hier. Und das war's auch. Dann las ich auch schnell mit dem Video. Bis zum nächsten Video, schön. ... ...